Willkommen zurück zu Rabenhorst Guten Tag Herr Kaiser Guten Tag, grüß dich Das ist gar nicht Herr Kaiser Ich bin gebiffen worden So, ähm, looten, oder? Oh, ich muss essen, 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 essen Ja, ein bisschen was ist noch drin Nee, ist nichts drin Nee, in der, in der Linksbums da Ach, sag schnell, wie heißt das? In der Kiste, in der Essenskiste In der Essenskiste ist noch drin, das ist super Und dann lass uns schon mal looten Guck doch mal eben kurz, was du Herstellen kannst, ob wir jetzt da Eisenzeug herstellen können Ah, du hast recht, ich mein Ich beise kurz an mein Brötchen Ähm, ich muss noch mal sehen Oh, da sind noch Suppen, die hau ich mir jetzt auch mal schnell rein Und ich werd mir glaube ich noch eine Tablette rein, also ich könnte ja auch ohne Aber Du brauchst, jedes Mal versuchst dich rauszureden Ja, gut, ich kann nicht ohne Hab mich erwischt Ich hab aber auch grad gelascht So, was ist hier unten los? Boah, das schaut aus hier Boah, das schaut aus hier Oh, die haben noch ein Loch in die Wand gebaut Äh, gebaut, gehauen Ihr kleinen Säue Äh, scheiße! Was ist los? Was ist los? Soldatenhorde! Nein! Was ist denn Soldatenhorde? Scheiße! Oh fuck, wir sind so am Arsch Ach du Kacke Ach du Kacke! Ja, dann musst du sie weglocken Ja, warte mal Ach du Kacke! Ja Ja, wie komm ich hier runter? Gar nicht, geh zurück, geh zurück Warte nicht, nicht schubsen Nicht! Ich hab dich nicht geschubst Hallo, hallo, guten Tag Guten Tag Ich komm hier nicht raus 6, 7, ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Ich hab auch nix, ich kann nix Du Und noch mal ein paar Typen Oh, das ist er Das ist er Das ist er Oh Gott Geil Du hast mich so blockiert eben beim Springen Echt? Ups Ja Tja, jetzt haben wir echt n Problem Ich bin nur vier Du dich, warte mal Painkillers, infected Warmbachhaja Moment Ich hab ne Infektion Und da sind auch nicht nur Soldaten Da sind auch die Hesmas Typen bei Okay, warte mal Ich brauche jetzt irgendwas Scheiße Haben wir noch ne Pille gegen Infektionen? Ey Ja, die Horde war ja einfach, ne? Tja Oh, fuck Oh Gott Da haben wir jetzt aber echt ne Arschkarte Oh ne, was machen wir jetzt? Ich mach mal die Hescht Äh, die Hescht Die Hescht Die Hescht Können wir sie weglocken? Weil guck dir mal an, die machen uns die Hütteplatten Wir können nur versuchen die rumzulocken irgendwie Ja, das meine ich ja Also die werden sich wahrscheinlich unten rein äh, kloppen Lass uns probieren hier runter zu gehen Also weißt du, dass wir wegkommen Ja, runter können wir ja Okay, pass auf Ja, die sind schon am Automaten Ja Okay, go, go Ja Ich kann nicht besonders schnell Ich auch nicht Aber jetzt gehts So Und jetzt weg Mitkommen Ja komm, wir ziehen die einmal hier durch die, durch die Suppe durch Ja So hier Das müsste ja eigentlich gut funktionieren Ich bin so langsam, du hast nicht zu viel einen Splint einstecken Ich konnte jetzt auch keinen mehr machen Achso, äh, warte Komm, nicht die Haus Ich mach dir einen Ach das ist super I make you one Also sonst bin ich hier super langsam Hallo, komm mal her Ja Alter Jetzt können wir es ihm richtig geben Jetzt gehts auf die Fresse Ja, boah, komm bitte Oh, ne Militärweste Cool Ich zieh an Schon mal ein bisschen Schutz Du hast eine Du hast eine an, ne? Weiß ich nicht, warte Ja, Level 1 hatte ich Dort Ja, warte, ich schmeiß dir die hin Licht Ja, der ist mal Schnell gefallen Und ich hab irgendein Magazin gefunden Mining Tools, Reed Oh, cool Ähm, wo sind die alle? Sind sie ins Haus rein? Nicht, bitte nicht Doch Nee Nee, das ist ein Schatten Ach, ich dachte schon, ich hätte da ein Loch reingefräst Oh, da waren da so viele Soldaten Wo sind die alle hin? Komm, lass erst mal die beiden hier Ja Wie die aussehen Okay So, jetzt sind die oberen Dach Jetzt erst mal looten Ja Warte mal, ich nehme jetzt erst mal die Axt Scheiß auf die Knochen Rein sind sie nicht, Gott sei Dank Oh, Military Fiber, sehr gut Nochmal Military Fiber Nochmal? Mein Gott Hallo, Waffen wären toll Boah Boah Ich glaube, die sind hier alle irgendwie an der, an der, an der Wand verreckt Ja Was war sie jetzt? Der hat den Spielzeugsoldaten dabei, haha Ja Was ist denn das hier? Wieso ist ein Metall dahinter? Ach, die Winding Maschinen, die sind an... Ah, die haben an den... Die haben Strom geduckelt, ja Die haben... Meinst du, die sind deswegen kaputt gegangen? Kann sein Das glaub ich fast gar nicht Das glaub ich fast gar nicht Shit Das brauchen wir noch nicht Passt mit den Launcher Sonst noch irgendwo? Ne, da hätt nicht eine, aber da komm ich nicht dran Sind die jetzt echt alle tot? Die sind alle weg, ja Die sind alle weg, ja Wie geil, wir haben es überlebt Können wir mal ganz kurz hoch gehen und, äh... Ja Ich hab übrigens nur noch 36 Minuten, dann bin ich tot Infektion Oh Ich hab nen Buff Messi, was ist denn das? Das ist der Fußballer Ja Ja Aber... Messi 32 Wahrscheinlich, weil ich so volle Taschen hab Puh Gerade gut gegangen Alter Du bist, als du hoch gekommen bist, hast du mich irgendwie wie so abgebremst Echt? Ja, ja Okay Ich glaub du hast mich wie so geschoben Ich hab's ja überlebt Ja, ich brauch jetzt irgendwie was, was... Haben wir Honig? Haben wir nicht, ne? Äh, äh Kann man denn irgendwas in der Nähe was... Ach, kacke Das ist auch noch ein gebrochenes Spring Peroxid Das kannst du trinken Dann geht's dir ganz, ganz, ganz gut Du meinst, das desinfiziert mein Inneres? Mhm So, ja, so kann man's ausdrücken, ja Ah, lala So, Zucker Boxnails Boiled Egg könnte ich machen Nee, Boiled Egg brauchen wir nicht Haben wir denn irgendwas, Mann Wenn ich jetzt wirklich nur 36 Minuten hab Brauch ich ja eigentlich nichts mehr essen und so weiter Bon Die Bon hat ein Ausrufezeichen Ich rauch einen Haben wir nicht noch irgendwas, was uns... Können wir auf Loot-Tour gehen, schnell Und irgendwie gucken Weißt du was ich mein? Nee Dass irgendwas ist, was uns noch Den Arsch rettet, beziehungsweise mir Dass wir noch irgendeine Hütte looten Und wo wir noch ne Tablette finden Irgendwie ne... Weißt du? Äh, Antibiotikum meinst du? Mhm Äh, ein First Egg-Hit bringt's auch nichts, ne? Nee, glaub ich nicht Infektion ist Honig oder diese grünen Tabletten Wir können's auch nicht herstellen, oder? Warte, kann ich das nicht skillen? Hm Könnte... Ah, warte, aber... Beweiht den Skill lieber auch für, für die, äh... Nee, Medical Glass gibt's Für die Werkzeuge Ja, ja... Ja, ja... Okay, pass auf... Da nutze ich meine letzten Minuten hier im Spiel Erstmal Primitive Crafting, ne? Bessere... Ja Nee, erstmal... Was war das? Iron... Iron Tools, Dingsbumser Warte mal, ich drück mal hier mit Iron Tools Das heißt, ich müsste jetzt mit... Hast du noch von den Dings? Forged Iron? Ja Aufm Boden Da müsste ich doch jetzt eigentlich ne... Ähm... Erstmal Pickaxe, oder? Ja Versuch mal Iron Pickaxe Da brauche ich Leder, Holz Warte mal, da kann ich die Stühle scrapen Ähm... Leder, Holz Ich hab noch 32 Ich brauche für ne Iron Pickaxe Da hast du Holz Leder, eins nur Aber Moment, ich muss erstmal ein Tool Head Iron Pickaxe erstmal herstellen Mhm Wie mach ich das denn? Cool Das Müll... Ähm... Head Tool Head Crafting 3 Punkte nochmal, Primitive Crafting 2 brauchst du dafür Also ich brauche Primitive... Hab ich Primitive 2 Aber da könnte ich aber noch eins mehr draufhauen Das kostet nur 3 Punkte Ja, weil bei der ersten Stufe kriegst du Tool Head Crafting, würde ich jetzt mal sagen Tool Head Tool Head Tool Head Crafting Aber da kannst du erst Hammer machen, ne Hole und ne Blade Und dann ähm... Oh, ich kann aber noch eine kaufen Weil Level 2 Ja super, Level 2 Dann kannst du Pickaxe machen, Shovel Sledgehammer Side Blade Nee, ich hab erst den nächsten, oder? Okay, hab ich gelernt Warte mal, jetzt müsste ich es ja... Jetzt müsste ich es ja können Ja Hier ist der Iron... Iron Tool Nee Such mal nach, such mal nach Head Ja, Pickaxe, genau, kann ich Iron Pickaxe, genau, kann ich machen Yay Da brauche ich Iron Und Clay Achso, das muss ich wahrscheinlich hier in der Forge Wie viel Iron ist hier drin? Ah, da, okay Jetzt brauchen wir Brennmaterial Da ist ein Knochen drin Wollen wir den... Werf ich mal weg Okay Iron Tool Nee Hä? Craft ich das aus... Soll ich mal brauche eine Blockbench oder so Crafted in Blacksmithing Station With a Blacksmithing Hammer Aha Ach du Scheiße Ach das war, genau Construction Tools 30 Da Ich brauche eine Blacksmithing Station Muss ich es lernen, oder was? Ja Ist ein eigener Skill Blacksmithing Station Construction Tools 30 Und Primitive Caption 2 Habe ich Construction Tools Was habe ich hier? 27 Brauche ich 7 Oh Gott, ob das langt? Warte mal, ich probiere es mal Habe ich Black Bitte, bitte, bitte Bitte, 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 bitte – Miss availability Ja, kann ich Boah, was ان Aufwand Jetzt kann ich The Blacksmithing Nee, kann ich immer noch nicht Wieso? Weil er Ist nicht gelernt hat Flex rotten station Ach Wie doof ist das denn? Beim ersten Level Christian Envill und Blacksmith Hammer und du musst noch ein Level lernen, dann kannst du die Station herstellen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Dafür brauchst du Construction Tools 40 und Primitive Crafting 3. Was ein Aufwand. Das ist doch nicht euer Ernst. Das wäre jetzt so lang. Das heißt, ich muss ja mindestens noch ein Level steigen. Nee, Construction Tools 40 brauche ich noch viel, viel mehr. Und Primitive Crafting 3. Moment, Primitive Crafting 3 habe ich aber, glaube ich. Primitive. Nee, habe ich nicht. Aber könnte ich jetzt machen. Warte mal, dann gebe ich da schon mal die Punkte aus. Ja. Ja, scheiße. Krass. Okay, ich bin also für die Werkzeuge zuständig, zukünftig. Gut, ich habe eh noch 29 Minuten. So, dann kann ich aber jetzt zumindest, was ich schon mal machen kann, ist Scrap. 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 Jetzt machen wir mal Scrap Iron Axe, oder? Ja. Ja, ja. Aber wie schlecht, oder? Moment. Axe. Stone Axe. Scrap Iron Axe, das fehlt mir da. Ich brauche von dem Faden brauche ich. Dann kann ich uns neue machen. Okay, super. Haben wir noch welche? Noch Fäden? Äh, ja. 13 Stück hatte ich in die Kiste geschmissen. Iron The Craft Iron Steel. Oh, das will ich. Iron Arrow. Iron Crossbow Bolt. Yay. Ach, guck mal, das war auch schon mal. Ach du Scheiße, Mann. Das ist ja übel. Das reicht. Iron Crossbow Bolt. Okay, ich mache uns jetzt mal zwei Scrap Iron Axe. Fäden. Jetzt mache ich noch die normalen Axes, oder? Hier. Nee, ist nur eine Hunderter. Die geht nicht höher. Scheiße. Was musst du denn dafür lernen? Scrap Tool Crafting wahrscheinlich mehr, ne? Genau. Gut, dann mache ich uns nochmal vier Stone Axes. Hier. Und schaufeln. Ach, wie ätzend. Ich dachte, wir könnten jetzt hier Eisen. Oh, nee. Ja, ich hole jetzt, ich sammle jetzt noch Fäden. Für dich. Danke. Und das ist nur Scrap Iron. Merci. Ja, das ist natürlich, äh... Bögen kann ich bessere. Achso, wir haben ja keinen Bogen mehr. Nutzen sie ja nicht. Ich würde jetzt mal Federn holen und, äh... Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt den... Entschuldigung. Den, ähm... Smithing Station, oder wie heißt das nochmal? Blacksmith Station. Was habe ich jetzt davon, wenn ich die erste gelernt habe? Du kannst die Rezepte für den Anvil und den Hammer machen. Also wir müssen jetzt auch einen Anvil machen und einen Hammer. Ähm, das muss auf jeden Fall kommen und... Dann setze ich das schon mal an. Anvil. Stimmt, die normale Forge hat gar kein Anvil drin. Das sehe ich jetzt auch erst. Wieso kann ich den... Kann ich den nicht in der Forge machen? Ist das jetzt das Nächste? Boah, da kommt ja kein Eis noch aus. Crafted in Advanced Forge. Wat? Boah. Ist nicht wahr. Rage quit. Advanced Forge habe ich auch nicht gelernt. Sieht auch ganz anders aus. Was kostet die? Advanced Forge. Zehn Punkte kostet die mich. Ja, könnte ich aber herstellen jetzt, ja. Krasser Scheiße. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Ich brauche zehn Punkte, um Advanced Forge zu lernen. Oh Gott, der Gott. Ah, der Tobak, ey. Ja, ich werde eh gleich sterben. Gut, dann lass uns noch ein bisschen Material holen, bevor ich ganz tot bin. Oh Mann. Ich hole ein paar Federn. Wollen wir nicht mal in die andere Richtung gehen? Ja, ich brauche halt Federn für... Ich habe nichts zum Schießen, gar nichts. Ich habe nur meinen Knüppel und mit einem kaputten Bein ist das ein bisschen doof. Ja, bin ich auch. Naja, gut, ich habe jetzt eh noch 27 Minuten. Wollen wir nicht gucken, ob wir die nicht irgendwie retten können? Retten? Was denn? Ah, wir können ja mal zum AirDrop gehen. Ja. Vielleicht ist ja was Hübsches. Ich humpel hin. Ich auch, ja. Ich habe auch 26 Minuten. Diese Advanced Forge sieht geil aus. Also, wenn das Modell genauso aussieht wie auf dem Bild, guck es dir mal an. Kannst dir mal selber den... Sieht so richtig gemauert aus. Das wird richtig krass. Oh, was ist das? Geil. Wie geil ist das denn? Ja, das sieht echt gut aus. Nester? Ah, hatten wir schon. Bolt. Iron Crossbow Bolt. Wieso kann ich die... Crafte den Ammunition Table. Ach, leck. Ach, nee, da. Ja, Ammunition Table brauchen wir auch noch, ja. Das ist auf jeden Fall auch noch was. Oi, oi, oi. Haben wir alles voller Tische stehen, ne? Kannst dich nicht mehr bewegen. Das... Ja, gut. Wir müssen halt überlegen, ob wir dort bleiben, ja. Wir sollten uns jetzt echt hart überlegen, in welchen Buchse wir bleiben. Ob wir da bleiben, wo wir jetzt sind. Ja, um uns ein bisschen zu setteln, auf jeden Fall, ja. Bis wir genug Werkzeuge haben oder gut. Oder die besten Werkzeuge halt, um Material zu holen. Also sprich, wenn wir eine Orga haben, können wir ausziehen. Ja. Weg runter geht schnell. Ja. Da falle ich auch mehr. Ja, dann ab Richtung Airdrop, würde ich sagen. Pass auf mit Wölfen und so. Das ist bei mir jetzt auch egal. In 25 Noten bin ich eben bald tot. Hallo Nest. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, wa? 15 Federn, ja. Also das ist ja... Das Abenteuer hat erst angefangen. Ja, aber cool. Also ich finde das gut. Ich meine... Macht Spaß, das ist nicht so einfach. Ja, ja. Aber dass man da jetzt noch nicht mal Allentools hinkriegt. Aber das ist wahrscheinlich... Wie Allentools ist es halt mehr das Heile. Wann kriegst du denn einen Diamond Axe? Dann musst du ja nicht spielen. Ja. Das ist ja... Ach, ich weiß noch damals, als sie das Forge-Buch eingeführt haben. Das war ja so der absolute Entscheider. Wenn du dieses Buch nicht hattest, konntest du ja nichts machen. Ja, ich erinnere mich, ja. Naja, die Umstellung damals, ja. Ah, ich fand's ganz cool. Er hat noch nichts. Das fand ich ganz lustig. Bam. Ja, wir humpeln Richtung Airdrop und sehen uns morgen wieder. Mhm. Hashtag, ähm... Langer Weg. Ja, das ist echt ein langer Weg. Und hier ist alles voll. Oder Hashtag schwierig. Wir nehmen mal wieder den guten alten Fleisch-Unterspruch. Schwierig, lang nicht mehr gesagt. Hashtag schwierig. Und sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge von Rob and Horst wieder. Ja, macht's gut bis dahin. Adios. Tschüss. 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 Tschüss.